Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2, Part 41 von Mio94. Äh, ja, im letzten Part sind wir... haben wir diese eine Festung, äh, dieses eine Hauptquartier noch... ...kompletiert. Und jetzt... bräuchte ich irgendwas zum hier abhauen. Am liebsten hätte ich ein Heli. Oh, der, der, der. So, der gefällt mir doch noch besser. Und der hat eine MG obendrauf. Ja, am abbiegen. So. Das macht mir ja eh nichts, wenn die mich hier anschießen, ne? Oh, das ist das Auto, was ich mir letzten Part angeguckt hab. Ist das explosiv? Oh, es ist explosiv. Oh, was ist er denn? Alter, was die für geiles Zeug haben. War das vielleicht das, was Sven meinte? Also, diese Basis, die alles mögliche hat. Von wem? Ich glaub, ich mach das nicht kaputt. Äh, da. Von wo schießt denn der? Schießt der durch die Wand, oder was? Drecks Hacker. Du was? Nenn mich nicht Arschloch. Ha? Ich glaub, der wollte ja gerade abhauen. Dann machen wir hier denn gut, Party. Wir brauchen Luftunterstützung, schnell! Ähm, nö, braucht er nicht. Ich glaub, ich verpiss mich jetzt hier mal. So, wir sehen uns dann, keine Ahnung, wenn ich den Rest hier noch haben möchte. Der kriegt ziemlich was ab! Hauptsache, ich zerstör grad deren Base und er meinte, ich... Der kriegt ziemlich was ab! Wir brauchen Hilfe! Schickt Luftunterstützung! Herr Kollege, jetzt ist zu spät! Mal gucken, wo deine Luft... Wo und wann deine Luftunterstützung vor allem kommt. Guck, kommt das da hinten an? Warte, so, da. Ne, sieht man nicht. Ey, ey, ey! Wär mal nicht frech hier. Oh Gott, ich dampf hier schon. So, schön auf ein Map achten. Fuck, bitte brenn nicht. Wir haben Sichtkontakt! Erbitte Verstärkung! Meinst du, der brennt? Ne, er dampft nur wie ein Blöder. Aber gleich sind wieder die Bullen los. Ha! Er ist so langsam. Aber er hat eine gute Waffe. Das gefällt mir. Aber Tuk Tuk Boom Boom ist, glaube ich, günstiger und hat... Auch eine geile Waffe. Da ist das Problem nur, dass, wenn du schießt, der dann auch noch mit der MP schießt und das ist kacke. Ist das da hinten was zum zerstören? Wenn ja, dann mach ich das von hier. Ne, scheint nur ein Haus zu sein. Egal. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Schön zielen. Oh Gott, das ist das scheiße mit dieser. Uh, das ist aber zum zerstören. Auf wegzudrehen. So. Jetzt. Schön ruhig. Und. Oh Gott. Oh Gott. Den schnappe ich mir jetzt einfach. Nein, das war die vier. So, geht doch schon mal viel schneller. Hat zwar nur hier MGs, aber passt schon. Von rechts. Er soll nur herkommen. So, einmal vorne dran. Nein, einmal vorne dran. So, und schon haben wir einen Armeehubschrauber. Naja, nicht zu früh freuen. Jetzt aber. Toll, ist genau der gleiche. Glaube ich. Nein. Nein, nein. Flak, 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 flak. Ha. Aber von rechts kommt noch ein MGschrauber. Das ist doof. Ha. Ha. Ungesehen. Jetzt einfach nur noch ganz ruhig da hinten hin. Dann haben wir das auch schon. Wie viel Prozent habe ich eigentlich? Scheint, als würde das da erst stehen, wenn ich fertig bin. Ich habe nämlich letztens einen Screenshot gesehen, wo einer 99,6 Prozent oder so hatte. Das ist natürlich scheiße, wenn einem dann irgendwie ein einziges Ding fehlt und man das nicht findet. Und er hatte echt jedes einzelne Dorf fertig und alter. Das war schon krass. Ich denke mal, so viel Langeweile werde ich nicht haben. Da gibt es hier irgendetwas schnelleres. Gibt es bestimmt, aber ich wette, da gibt es auch Flaks. Da sehe ich den Flugzeugrotor. Aber keine Flaks. Aber hier gibt es Jets. Ansonsten wird das hier nicht so scheiße rumstehen. Nein, ich will da nicht rein. Ich will mich fallen lassen. Wie geht das? Äh. Alt. Okay, da ist noch ein Körnel, aber der ist mir immer gerade egal. So, wo ist er? Ah, haben will. Der sieht schnell aus. Oh, er ist das. Fuck. Das Ding, mit dem ich letztens nicht fliegen konnte. So, gucken, ob ich was falsch gemacht habe. Scheint nicht so, aber er braucht eine lange Bahn. Boah, ich finde das Ding so geil. Und es ist ja auch so schnell, glaube ich. Barrel Roll. Und er macht eine große Explosion. Ich liebe große Explosionen. Und? Ah, ganz nah dran. Egal, weiter. Verdammt. Ach ja, das war eine rote. Stimmt, andere gab es ja nicht mehr. Ich habe eine Mission für Sie, Genosse. Sie betrifft einen Colonel namens Ten. Er hat sich vorgenommen, unsere Revolutionstruppen zu zerschlagen. Und das können wir diesem Imperialisten-Schwein nicht gestatten. Bitte, helfen Sie uns, Genosse. Der soll mir noch die anderen Kisten von oben geben. Das wäre mir viel lieber. Hm, ein Sniper. Wenn Sie ihm zu nahe kommen, verschwindet er. Erledigen Sie ihn aus der Distanz. Warum ist du Blödsinn? Alarm! Wir haben Feindkontakt. Wieder der Buggy. Alle verfügbaren Einheiten sind verlieben. Torhüten! Scharfschützenposition am Arsch. Scheiße, vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, das Ding mitzunehmen. So, wo ist dieser Mast? Fuck. Wir haben hier was. Schickt Verstärkung. Soll ich jetzt mal beide Waffen rausnehmen? Und? Oh, es geht ja recht schnell kaputt. Jetzt brauche ich ja fast gar keine Schüsse mehr. Uh, mehr Munizio, mehr Munizio. Meins. Fuck, vielleicht soll ich mir das doch mitnehmen. Töten Sie das Schwein. Zeigen Sie keine Gnade. Wo? Da. Nee, nee. Ich will noch weiter reinzoomen. Ah. 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 Die kommt wie gerufen. Und wie ich dich kriegen werde, Kollege. Komm her, du Stück Scheiße. Ich gehe rein. Hervorragend, Scorpio. Ich liebe die Vorstellung, wie er an seinem eigenen Blut erstickt. Wann ist er das, Tim? In Deckung! Nein. Fuck. Nein, ich will da drüber. Nichts. Nichts. So weit bin ich auch noch nicht. Nenn du mich nochmal Arschloch. Boah, was meinst du, wie viele Sterne wird man da für ein GTA bekommen? Ah. So, da hinten ist noch ein bisschen was. Ich wette, das wird mindestens zwei Sterne geben. Ja, bitte Luftunterstützung. Nein, nix ist. Ich achte auf die Map. Ihr kriegt gar nix. Oh, ich habe ja fast voll hier meine Gesuchtanzeige. Kein Problem. Wo kommt er? Ich sag ja, ihr kriegt nichts. Doch, da kommt er. Na? Verstärkung ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Ne, Verstärkung ist schon wieder kaputt. Ich freue mich, der so blöd ist und da oben stehen bleibt und ich sehe nichts. Ach, die seien sich da auch noch ab. Komm Arsch. Nein, 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 nein. Ha. Ma. Wie er sich das ist. Ich würde ja gehen hier auf eine etwas höhere Position. Das miese Achter. Genau, Attacke. Rennt ihm in sein Gewehr. Okay, ist ja nicht mal ein Gewehr. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber hey, die erhöhte Position haben wir schon mal. Da ist er! So, da habe ich schon mal ein bisschen gute Aussicht auf was. Was, was, was? Hast du da? Ja, ne, da gehe ich gleich hoch. Warte, da? Ha, Headshot. Erhöhte Position suchen. Umzingeln! Genau, umzingeln. Alleine. Fettsack. So. Oh, ich bin voll. Gut, ja. Siehste, über den hätte ich mich jetzt schon wieder aufgeregt, wenn ich den nicht gesehen hätte. Ich gehe rein. Was rein, Alter? Die sind doch alle so blöd. Ich habe freie Schussfälle. So, gegen meine voll abgegradeten hier MPs kannst du eh nicht sagen. Aber, ich kann sagen, es gibt einen Cut. Im nächsten Part machen wir weiter. Das kriegen wir noch hin. Bis dann, ciao. Ist okay. Bis zum nächsten Mal.